Letzte Vorbereitungsarbeiten in Bad Ragaz. In Reih und Glied sollen sie stehen, die Schweizer Persönlichkeiten aus Holz. Die Ausstellung ist Bühne für Figuren und Künstler zugleich. Es ist eine sehr wichtige Ausstellung für mich. Es ist die erste grosse Ausstellung. Es ist eine Ausstellung, in der ich teilnehmen kann mit meinen grossen Skulpturen. Und das ist von entscheidender Bedeutung für mich als Künstler. Denn fast eine halbe Million Menschen haben laut Schätzungen die letzte Ausstellung besucht. Ein grosses Publikum. Über 1000 Künstler haben sich deshalb für die diesjährige Ausstellung beworben. Aber nur 77 Künstler können ihre Objekte ausstellen. Wer ausstellen darf, entscheidet eine Gruppe rund um den Präsidenten der Stiftung. Im Jahr 2000 begann Rolf Hohmeister mit der ersten Ausstellung. Mit so vielen Bewerbungen und einem solchen Erfolg hätte er aber nicht gerechnet. Also eigentlich nie und nimmer hätte ich mir das vorgestellt. Aber es ist ein schönes Resultat von einem harten Traum. Und Träume bedeuten eben harte Arbeit. Und viele haben mitgeholfen, diesen Traum möglich zu machen. Und wir werden ihn weiterspinnen. Die Stiftung zahlt Transport, Versicherung und Fundament der Kunstwerke. Sicherlich ein Teil des Erfolgsrezeptes. Für Besucher aber wohl genauso interessant, dass es Kunst zum Anfassen ist. Und wir werden ihn mitgeholfen, diesen Traum machen.